Was sind Praxisprojekte? Der Fachbereich Wirtschaft der FHS St. Gallen ist in der Schweiz einzigartig und führend bezüglich Praxisorientierung. Die Studierenden sitzen nur zu 80% des Studiums im Klassenzimmer. In den übrigen 20% wenden sie das theoretische Wissen fortlaufend im Markt an. In Praxisprojekten realisieren die FHS Studierenden in Teams von 4 bis 6 Personen oder in Einzelarbeit entgeltliche Aufträge für Unternehmen und öffentliche Institutionen. Diese Aufträge können sein Unternehmensanalysen, sprich Unternehmensgutachten mit Situation- und Ausblickanalysen inklusive Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahrenprofile. Marktforschungen, sprich Marktanalysen, Kundenbefragungen, Produkt- und Dienstleistungsevaluationen. Management-Konzeptionen, sprich Businesspläne, Marketingkonzepte, Finanzmodelle oder Softwarekonzepte. Jedes Jahr werden in den USA und in China je zwei Praxisprojekte mit Partneruniversitäten vor Ort und international zusammengesetzten Teams umgesetzt. Die Teams investieren ungefähr 800 Arbeitsstunden während vier Monaten. FHS-Dozierende als Fachexperten coachen die Teams mit 50 und mehr Stunden. Die Studierenden realisieren die Praxisprojekte während ihres Studiums. Die rund 50-seitigen Reports werden der Kundschaft vor Ort professionell präsentiert. Die Kosten für Auftraggeber belaufen sich für Marktforschung und Managementkonzeption auf 7500 Franken plus Spesen. Die Projektergebnisse müssen wissenschaftlich fundiert, methodisch basiert, direkt und praktisch umsetzbar, kooperativ und motiviert entwickelt und mit der Auftraggeberschaft erarbeitet sein. Die Wissenstransferstelle WTT-FHS ist für Marketing, Akquisition, Projektsteuerung und Controlling sowie für die Projektauswertung der Praxisprojekte verantwortlich. Sie werden bedarfsgerecht mit der Kundschaft definiert. Die WTT-FHS ist ein Consulting-Unternehmen innerhalb der Hochschule und erwirtschaftet einen Umsatz von weit mehr als einer halben Million Franken, womit sie sich teilweise selbst finanziert. Jährlich werden rund 240 Praxisprojekte im Fachbereich Wirtschaft umgesetzt, davon rund 60 als Teamarbeit in Marktforschung und Managementkonzeption. Diese sind für den WTT Young Leader Award qualifiziert. Sind Sie an mehr Informationen über Praxisprojekte interessiert? Besuchen Sie die WTT auf fhsg.ch slash Praxisprojekte